Sie sind hier, 14. September 2018, 10.52 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern der EHC Red Bull München um Kapitän Michael Wolf L, geht als Titelverteidiger in die neue DEL Saison Urheberrecht Sport1 Grafik Imago München, die DEL startet in ihre 25. Saison Eisbären München ab 19.25 Uhr live auf Sport1 Wer kann Champion aus München vom Ton stoßen? Hier das Sport1 Power Ranking Die deutsche Eishockey-Liga DEL geht in ihrer Jubiläums-Saison, seit 25 Jahren spielen Deutschlands beste Eishockey-Mannschaften in der DEL um den Titel Eisbären Berlin EHC Red Bull München ab 19.25 Uhr live im TV auf Sport1 und im Livestream in den letzten entwickelte sich die Sache allerdings zu einer recht einseitigen Angelegenheit Gleich dreimal in Serie gewann der EHC Red Bull München die Meisterschaft Entsprechend hoch sind auch in diesem Jahr die Erwartungen beim Champion Die große Frage ist daher, wer den Serienmeister auf dem Weg zum 4. Triumph stoppen kann Wo landet Gizemeister Berlin? Wie schlagen sich die Adler aus Mannheim und wer könnte zur Überraschung werden? Sport1 macht das Power Ranking zum Saisonstart Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht Live-Streams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär Mehr Mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017